Das wird uns direkt nach Yarbak's Tempel führen. Das ist, wo der Emperor ist. Ja, jetzt habe ich jemanden da noch... Habt ihr gesehen, wie weit ich springen kann? Nicht nur, dass sie super schnell ist. Der kann auch noch springen wie so ein Superman. Ah, wir haben jetzt mal auch was anderes. Oh, diese... Ich verstehe nicht genau, warum das Spiel immer wieder vergisst, dass ich einen Controller angeschlossen habe. Ich drücke keine Tasten auf meiner Tastatur. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken. Ne. Okay. Okay, ich dachte, vielleicht ist da ja irgendwas. Au! Damit ist mein Kein-Tod-Bonus auch weg. Ich mag die jetzt schon nicht, weil die voll doof sind zu kämpfen. So. Hallo? Ich war's jetzt nicht bald. Ich war's. Aua. Boah. Boah. Waren viele. Äh. Moment. Moment. Das ist ganz flog. Oh, das ist groß! Es flog. Es flog. Es flog. Es flog. Also war es ziemlich großartig. Es leben sich mit einem Bemerkensatz in der Luft. was beneath their feet. So, da bin ich wieder. War gerade eine Nachbarin, die wollte ihr Paket abholen. So. Ja, es ähneln sich viele Sachen. Uh, es ähneln sich halt viele. Kann ich so kaputt machen? Äh, viele, viele Sachen. Viele Elemente, aber es ist okay. Moment. Moment, es ist noch nicht so nervig. Radica, warum habe ich nur bei, bei Lundrin, ist er doch, ne? Warum habe ich nur bei dem keine Erinnerung zu ihm selbst gefunden, sondern zu Indrik? Habe ich vielleicht seine übersehen? Hm. Der Giliaspreis. Äh, Radica bahnt sich ihren Weg durch das Gedrängel, Aber in ihren, aber an ihren Geschwistern, die doppelt so groß und schwer sind wie sie, kommt sie nicht vorbei. Ihr jüngerer Bruder, Holden ruft aus dem Weg, Winzling. Er sprintet vorbei und erreicht, äh, jetzt bin ich gerade verrutscht, ähm, und erreicht die Linie zuerst. Wie es Tradition ist, wird sein Name in den Stein neben Gilias Statue eingemeißelt. Gilias, der große Abenteurer, der den Rand von Uria, Uralia gesehen hat, brachte dem Dorf Wohlstand, indem er Rosinen entdeckte. Aha. Es gibt keine größere Ehre, als den eigenen Namen neben der Statue einzumeißeln. Radica wünscht sich im Stil, äh, im Stil, im Stil, im Stillen dieselbe Aufmerksamkeit, aber sie ist die kleinste und mickrigste unter ihnen. Wie sollte sie unter diesen Umständen jemals gewinnen? Halt dich an das, was du kannst, ermahnte sich Radica. Mit einer ausruhenden Handbewegung zieht Radica die Aufmerksamkeit der Menge auf sich. Sie beginnt, eine tarnlose und erstaunliche Geschichte zu erzählen. In ihrem Dorf ist es mucksmäuschenstill, die Faszination greifbar. Kurz vor dem Ende ihrer Geschichte zeigt Radica auf den Stein an ihrer Kette und sagt im dramatischen Gestus, Ohne dass es jemand wusste, war es der Stein aus Jarborgs Tempel, der das Geheimnis über das Verschwinden, das es Gottes enthielt. Verwunderung machte sich in der Menge breit und freudige Rufe werden ausgestoßen. Holden kann seine Erregung nicht zurückhalten. Radica, ist die Geschichte wahr? Es ist deine Geschichte, Holden. Was denkst du? Oh bitte, lass es wahr werden. Könntest du uns wirklich einen Stein aus Jarborgs Tempel bringen? Radica grinst, als alle Augen sich auf sie richteten. Ich dachte schon, du würdest nie fragen, Bruder. Das war eine merkwürdige Geschichte. Das sieht echt merkwürdig aus, wenn unsere Figur auf uns zuläuft. Außerdem vibriert die dann so komisch. Fällt mir jetzt weniger auf. So eben auch vibriert, wo ich hier drüber gelaufen bin. Fällt mir persönlich tatsächlich weniger auf, wenn sie mit dem Rücken zu uns ist. Was ist das denn? Ach, ich kann... Push, push, little cube! Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ach, musste ich das machen? Das ist ja jetzt langweilig. Sagst du, ich hab irgendwas entdeckt? Schade. Ah, ich hab was entdeckt. Das hat sich gelohnt. Alter, das wäre ich da fast runtergefallen. Mach doch sowas nicht. La, la, la. Now push! Kamera. 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 Ach, hör auf zu jammern. Das ist es, Yarbak's temple ist gerade oben. Looks like we have competition. Ach, hier waren wir auch schonmal. Oh. 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 Das fand ich gut. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin. Können wir das auch kaputt? Nö. Sag mir denn, dass du nicht auch eine Lügnerin bist. Du kannst so weit springen, das können nur Lügner. Ah. Ah, ha, ha. Ist runter gefallen. Ah, ha, ha. Das ist voll schwer, wenn, plötzlich, besser wechseln wir sie gern hat. Alter! Flanking, now! Ich nehme die Seite! Alter! Ah! Join in the fight! Oh! Dezent! Kaum spürbar! Ach! Aber die Vitamine bringen mich schon wieder auf Touren. Alles gut! Alles gut! As for the Priestess... Well, you would know more than I. Ugh! Stop it! I know your game! You have so many skeletons in your closet, you'd need an empire of closets just to fill them all! You'll want to speak of skeletons, Rattiger. Your defiance has made Redentia a graveyard. So now it's our fault? You're a murderer and a coward, Indrik! What are you waiting for? Kill him! Why are you showing him that? Oh, I get it. You want him to know that we know before we execute him. Now, act! We must kill the villain! You would be a fool to listen to that Redentia. I think we're all done listening. Words are boring! But a song? Oh, yes! A song can outshine words on any given day. Does your vision show me killing the Priestess? But the Redentia knows that. She helped her escape. Killing me is not justice. It will simply hide a greater lie. Indrik's final performance. And sorry, friend. Quickly. This way. We are safe here. Rattica still lives, I'm sure of it. Like all Redentions, she lashes out at any who seek to help them. While the true enemy exploits their ignorance. Tell me, Harbinger. Have you seen creatures? Corrupted ones that seem to have emerged from the cesspool of the underworld. Seeking your death. Ciphers. They've been sighted throughout Euralia. They are assigned the void is staring once again. This is why I sought to perform the right of ascension. The firebird ritual. To protect us. To protect us. To protect us. Lord Claddon. Many of my ancestors have performed the ritual. It stopped the ciphers. For a time. Why does he help us? This wall hides a secret. A truth only to be revealed at the end of times. Unfortunately. You. The ciphers. These are the signs. Und wer sagt mir, dass er mir auch das Richtige erzählt? Ich kann's ja nicht lesen. Indrik plant ein Ritual, indem er zu einem Feuervogel wird. Damit will er die Kraft erhalten, das Schwert Claddon zu reparieren und die Cyphers zu vertreiben. In den Krypten des Tempels wird ein uraltes Geheimnis aufbewahrt, das auf das Ende der Zeiten wartet, um enthüllt zu werden. Hattika hält etwas über Vera geheim. Nicht immer ist die beste Lösung, das Umsai zu nutzen. Manchmal kann Gewalt der einzige Weg sein, das Vertrauen einer Person zu gewinnen. Jemand hat Vera geholfen, aus der kaiserlichen Gefangenschaft in der Stadt Eka zu fliehen. Also den stilvollen Kämpferbonus werde ich nie erhalten, das weiß ich jetzt schon. Dass ich mich immer anstelle wie so ein Trottel. Ich muss mal kurz was trinken. Was ich falsch über den Emperor? Ist er ein ally in unserer Kampf gegen Voden? Und Rattika? Was ist sie hiding? Das ist irgendwie ein cooles Spielkonzept. Ich habe sowas bisher noch nicht gemacht, aber ich weiß, es gibt noch ein anderes Spiel, das ähnlich funktioniert. Never 6 Phantom Sprint. Spiel. Sprinte mit hoher Geschwindigkeit und bewege dich durch Feinde hindurch. Mit LT. Ich guck da immer rein. Nögel, nögel, ich guck da immer rein. Ich habe gerade nichts zu angehören, wie so ein kleines Kind. Rediziere die Erholungszeit nach drei aufeinanderfolgenden Ausweichmanövern entscheidend. Was? Ach so, okay. Könnte ich den Cooldown nochmal heruntersetzen? Reduziere die Wartezeit bis zu meiner neuen Einsatzmöglichkeit. Ich benutze die ja so selten. Erhöht das Energiemaximum. Erhöht die Gesundheit. Ich glaube, ich nehme nochmal ein bisschen Gesundheit und mache das da und kann ich noch irgendwas? Sprint. Ja, komm. Nochmal auch. Das da ist dann vielleicht Indrik. Also die Statue von Indrik. Könnte ich mir vorstellen. Vera gerettet. Jemand hat Vera geholfen, aus der kaiserlichen Gefangenschaft in der Stadt Eka zu fliehen. Moment. Ah, Spiel! Ernsthaft? Ah, da kann ich mit da... Ah, okay. Ich habe bei Lud... Ludrim nenne ich immer Ludomir. Bei Ludomir habe ich noch nicht einen einzigen Hinweis. Ähm... Das da müssen wir nochmal machen. Oder sollten... Sollten wir nochmal machen. Und dann diesmal... Ähm... So it begins. Another chance to save Uralia. 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 Wenn man schmilzt, dann will ich mich wiederholfen. Ich bin schlüft. Du bist. Ich bin sch banquet. Ich bin schmilzt. Die Stadt ist früh gefördungslos.